Digitales Leben, digitale Welt, digitale Technologie, digitale Transformation, alles ist digital. Für viele junge Menschen ist das Internet ein natürlicher Teil ihres Lebens. Was wird sie also bringen, die Zukunft mit den Robotern? Weil es geht nicht nur darum, dass Technologie per se vorhanden ist, sondern man diese möglichst erfolgreich einsetzt und nachhaltig nutzt. So können wir eben genau die Frage stellen letztendlich. Haben wir die KI, die wir brauchen und brauchen wir die KI, die wir haben? Was mit Daten passieren kann, wird passieren. Aber wir müssen irgendwann einmal aufhören, den Fehler zu machen von Technologie, dann immer auch zu erwarten, dass die Technologie dann auch diese Probleme für uns lösen wird. Es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Vorteile der KI für alle zugänglich sind und dass Datenschutz und ethische Überlegungen dabei im Mittelpunkt stehen. Und es ist genau diese Brückenarbeit, die für eine verantwortungsvolle Gestaltung zukünftiger robotischer Technologien notwendig ist. Ich wünsche mir eine Zukunft, in der diese Fragen immer wieder gestellt und als ethische Probleme verhandelt werden. Herzlich willkommen bei Digitales Leben 5. Die Technologie Vielen Dank.